Legenden sterben nie. Und wieder besteht die Special-Fähigkeit aus den Ghosts, hinrennen als in die Luft jagen. Boah, ich frag mich, wie viele Jahre von Training das gebraucht hat, bis man verstanden hat, dass man... Ich hab's geschafft. Jo, mach ich. Parallel zu unserer Position. Verstanden! Ich sehe ihn! Ich fliege noch einen Angriff! Waffen scharf! Feuere! Und los! Warum greifen wir es uns dafür an? Wir waren's doch gar nicht. Ich kann wohl über alles reden. Ja, aber was hält denn denn bitte schön auf? Ach stimmt, ich hab den Knopf gedrückt, deswegen funktioniert's nicht. Das ist natürlich sau logisch. Ach, jetzt wo ich ihn nochmal gedrückt habe, was ich schon eben gerade gemacht habe, funktioniert's okay. Dann jagen wir den auch hoch. Ah, so aus Männchen gewesen, von ihm gerade. Ja, aber ich hab' alles gerettet! Hört mich so ein bisschen jetzt an, ähm... Ah, die sind verarscht, die wär's noch irgendwie so mit... Ah, die sind Polizisten halt, den Kops. Police Academy. Ein Typ, der ja auch die ganze Zeit so hoch labert. Also nicht die Frau, sondern der Typ halt. Das Ding schießt gleich! Woh, ob zur hell er zielt der? Wir geben Deckung! Der Werfer muss so hoch werden! Wir geben Deckung! Ich krieg' sofort Kugeln ab, ey! Meine Fresse! Zack! Wir müssen von der Straße weg! Los! Na los, los jetzt! Die Stadt wird gebootet! Wir müssen weg! Die Gasse runter! Check! TERNA Weiter! Wir müssen nach oben! Ne, ist klar. Wo seid ihr denn alle? Vor allem, warum schwimmt er nicht einfach? Oh, Panther. Und die Hälfte seiner eigenen Leute erledigt. Und die Hälfte unserer Leute. Wir sind Ghosts, Merrick. Wir beenden die Mission. Ja, aber das hier ist anders. Gibt es noch was zu sagen, Sergeant? Nein, Sir. Es wird nicht wieder gehalten! Es ist heiß da draußen. Gut, finden wir dieses Arschloch. Mindestens drei Feinde zehn Meter. Wachsam bleiben. Gehen wir jetzt mal an, so wie Ghosts immer machen. Rein rennen und viel Kaboom. Das ist ja die Special-Ausbildung hier. Spiel mit den hohen CO2-Gehalt. Wo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Hoppala. Uo-o-o. Hier, weg mit dir. Jetzt gibt es wohl nur noch einen Spuder. Oh ja. Was mit der Waffe? Oh. Jetzt? Okay. Los ins Wasser, wir überraschen Sie. Wehen denn? Überleben ist das Wichtigste. Gehen wir nach oben. Super, meine andere Waffe ist gerade weg, die ich gerade aufgenommen habe, oder? Ich habe mich wie gesagt, wenn man diese unvergleichlich krassen Rechnungen kommt und vergleichen und sowas. Du bist der Chef, du Affe. Auf mein Zeichen, ist klar. Schöne Überraschung für euch. An alle Einheiten auf dieser Frequenz, bitte kommen. Hier ist Groves 2-2. Verrücker und deutlich, Merrick. Groves, wir sehen an Marco, aber werden beschossen. Wer spricht das Hotel? Verstanden, sind unterwegs. Na los. Wir retten wohl mal wieder Merricks ab. Ja, wie wahr. Okay, wir sammeln uns und schnappen mal Makro. Jo. Ach, verdamm' ich doch. Rogue. Der böse Pup. Ich bin schon dran. Sicher ist, dass das ja das letzte Let's Play zu einem Call of Duty scheiße ist, ey. Das kannst du dir glauben. Lendenfied müssen wir mal gucken. Der Bezug hier. Soll ja auch genauso stupide sein und uns für Blödheiten, was das denn fein ist. Das ist wie eine Schießbootfigur hier. Oh, so ein Zufall. Ich brauche nichts zu machen, ich mache eins alleine, kein Problem. Oh, es stirbt. Die müssen eigentlich Wasser in der Waffe sein, wenn es nicht mehr funktionieren sollte. Sie funktionieren doch einfach im Fall. Und das ist alles, was ich jetzt nochmal sagen muss. Wenn ich so schieße, fliegen die Kugeln sonst wo hin. Aber wenn ich so schieße, fliegen sie genau dahin, wo sie hin sollen. Das macht auch wenig Sinn, Leute. Das macht so wenig Sinn. Egal welches Spiel, alle haben genau diese gleiche Scheißprobleme. Ich meine, guck dir das mal an. Ich schieße hier hin und es kriegt irgendwo anders hin. Wenn ich hier hin schieße, trifft alles den Punkt. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Aber ich habe den falschen. Ich dachte, dass wer jetzt auf dem Boden liegt. weg dann au zu überraschung da kommt einer von hinten und rettet uns schenken wir sind zu schwer du musst Na los, nimm meine Hand, du Affe Habe ich es geschafft? Nö Ich traf die schwerste Entscheidung meines Lebens Ich ließ ihn los und rettete die anderen Was ist mit ihm passiert? Wir haben seine Leiche wochenlang gesucht Dann wurden wir abgezogen und er als vermisst gemeldet Aber wieso jagt der Ghosts? Die Föderation hat ihn gefunden Und wenn sie ihn umdrehen konnten, dann schaffen sie das mit jedem Und ein Ghost hört erst auf, wenn seine Mission wendet ist Findet ihn bevor er uns findet Genau In Caracas ist ein Mann der weiß wo er schläft Victor Ramos Er leitet die Forschung für die Föderation Nur wenige Männer sind Rocks Freunde Ramos ist einer von ihnen Für Rock Müssen wir zurück nach Caracas Alles begann Gut Das können wir aber auch später mal machen würde ich sagen Denn es ist genug Blödheit für einen Abend gewesen Und es tut mir wirklich wahnsinnig leid Dass ich so viel über das Spiel mecker und hier nicht so viel laber Aber das Spiel hat mir glaube ich gerade alle nerven Ich habe keine Ahnung Ja Ein Special Also was heißt Special Ein Let's Play Together ist in Aussicht mit dem lieben Impi Darauf freue ich mich persönlich dafür richtig groß Bombastisch Und ja Schaut euch das 50 Abonnenten Special an Was jetzt rausgekommen ist Danke dafür nochmal Ansonsten hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online Tschüss und Ciao Ciao 1